Bevor wir zu den IAScript-spezifischen Features wie Quizumfragen, Animation, ASCII-Art und so weiter übergehen, möchten wir noch ein letztes Feature vorstellen, das vielen Markdown-Dialekten gemeinsam ist und dies sind Fußnoten. Also, was sind Fußnoten im Allgemeinen und wann werden sie verwendet? Fußnoten sind Anmerkungen am Fuß der Seite, während Endnoten unter einer separaten Überschrift am Ende eines Kapitels, Bandes oder des gesamten Werks zusammengefasst sind. Im Gegensatz zu Fußnoten haben Endnoten den Vorteil, dass sie das Layout des Haupttextes nicht beeinflussen, können jedoch für den Leser, der zwischen dem Haupttext und den Endnoten hin und her wechseln muss, Unannehmlichkeiten verursachen. In IAScript ähnelt ein Abschnitt, der durch einen Header und einen Body definiert wird, einer Seite. So kann der Hauptteil ein paar Fußnotenzeichen enthalten, während die eigentlichen Fußnoten am Ende des Hauptteils definiert werden müssen. Andere Markdown-Interpreter definieren möglicherweise eine weitere Verwendung von Fußnoten. Aber in IAScript ist dies derzeit nicht möglich. Wir analysieren, interpretieren jeweils nur einen Abschnitt und nicht das gesamte Dokument. Denken Sie also daran, wenn Sie Fußnoten verwenden. Die Standard-Methode zum Erstellen von Fußnoten besteht darin, wichtige Elemente in Ihren Abschnitten mit einer Markierung zu versehen. Ein Marker wird durch eckige Klammern mit einem beginnenden Einschaltungszeichen. Dann können Sie Zahlen, Symbole und Wörter einfügen. Am Ende Ihres Textkörpers fügen Sie einfach eine Liste mit allen einarrückten Bemerkungen hinzu, die Sie hinzufügen möchten. Diese Liste beginnt mit Ihren Markierungen, gefolgt von einem Doppelpunkt. Ihre Notizen- oder Fußnotenkörper können aus mehreren Absätzen und allen anderen bisher erwähnten Blogelementen bestehen, müssen jedoch mit mindestens zwei Leerzeichen eingerückt werden. Wenn Sie auf die Fußnote klicken, werden alle Ihre Kommentare in einer modalen Ansicht in allen Ansichtsmodi angezeigt. Wenn Sie sich im Lehrbuch-Modus befinden, werden diese Fußnoten zusätzlich ganz am Ende der aktuellen Seite angezeigt. Wie ist die Fußnote? Hi, I'm Laura from youngwritersworkshops.com. Und I'm going to talk about how to use footnotes. A footnote can be used in a couple different ways. The first, most common way is if you want to credit someone. So for example, if you give a quote, Die folgende Idee, Inline-Fußnoten zu definieren, wurde von Latex übernommen. Wenn Sie nur etwas Text ohne weitere Markdown-Syntax hinzufügen möchten, können Sie dies in Klammern zu Ihrem Fußnotenzeichen hinzufügen. In diesem Fall ist es nicht erforderlich, am Ende der Abschnitte eine ausführlichere Erklärung hinzuzufügen.